Schönen guten Abend liebe Freunde und herzlich Willkommen aus Frankfurt. Ja, dann zu einem neuen Produkt. Ist nicht ganz neu, allerdings neu in meinem Besitz. Und das möchte ich natürlich mit euch teilen. Es handelt sich um den HENU CUBE 2. Uh la la, was könnt ihr denn damit machen? Schauen wir uns das Ganze doch mal im Detail an. Wie ihr sehen könnt, in dem Fall für Canon. Das Ganze gibt es zum Beispiel auch für Sony oder Nikon. Und auch für viele weitere Kameras. Drehen wir die Verpackung um. Ahnt ihr es schon quasi. Es handelt sich um ein Ladegerät. In dem Fall nochmal zu sehen für den LPE 6, LPE 8 und für den LPE 17 Akku. Das Coole an diesem CUBE ist, er ist kompakt, er fühlt sich gut an. Und es passen zwei Akkus gleichzeitig rein. Und zudem könnt ihr vier AA Batterien, beziehungsweise Akkus mit diesem CUBE aufladen. Das ist natürlich sehr gut, weil ihr kennt es ja selbst. Ihr habt wahrscheinlich nicht nur einen Akku, sondern auch zwei oder drei Akkus. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel drei Akkus habt, könnt ihr ja das Ladegerät nehmen, was ihr eh dabei hattet. Und dann noch zusätzlich das. Und damit könnt ihr quasi drei Akkus gleichzeitig laden. Ich zeige euch nochmal kurz, was da so alles dabei ist. Also ihr habt den CUBE. Dafür gibt es dann hier die jeweiligen Adapter für die unterschiedlichen Akkus. Dann noch eine Platte für vier AA Akkus. Und natürlich eine LCD Anzeige mit dem aktuellen Ladestatus der Akkus. Packen wir das Ganze nochmal aus und schauen, was alles dabei ist. Bevor es losgeht, zeige ich euch nochmal hier, das ist zum Beispiel die Anzeige, jetzt mal in groß. Und hier unten seht ihr es schon. Ladet ihr zum Beispiel einen LP6 Akku mit diesem Ladegerät auf. Und zwar einen einzelnen, dauert das Ganze anderthalb Stunden, ladet ihr zwei gleichzeitig auf, dauert das Ganze zweieinhalb Stunden. LP8 eine Stunde, LP17 eine Stunde, ladet ihr die beiden zusammen auf, anderthalb und anderthalb Stunden. Was gibt es noch für euer Geld? Natürlich die Platte zum Laden von vier Akkus gleichzeitig, den Adapter, dann die verschiedenen Adapter für Großbritannien, Europa und die USA und natürlich ein Ladegerät fürs Auto. In der Box findet ihr, wie eben schon angedeutet, natürlich den CUBE. Die Platte ist schon oben drauf. Die zwei zusätzlichen Platten, in dem Fall zum Beispiel für den Canon LP8, den LP17, dann die verschiedenen Adapter für die unterschiedlichen Länder, das Ladegerät für euer Auto und hier natürlich das Netzteil, sowie einige Benutzeranleitungen in Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und so weiter und so fort mit verschiedenen Abbildungen, wie das Ganze dann auch zu benutzen ist. Und dieses kleine Tool hier, das kennt ihr wahrscheinlich von eurem iPhone, was ihr damit machen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Hier ist der CUBE im Detail. Ihr seht auf der Rückseite hier das kleine Loch. Dafür brauchen wir dann dieses kleine Tool, was ich euch eben gezeigt habe, das so ähnlich ist wie bei eurem iPhone. Hier unten ein USB-Anschluss. Hier der 12-Volt-Anschluss für das Netzteil. Und wenn ihr jetzt diese Platte mal abnehmt, darunter versteckt sich dann die Platte für den Canon LP6-Akku. Ja, fühlt sich auf jeden Fall recht robust und stabil an. Hier auf der Rückseite nochmal ein paar Infos. Falls es euch interessiert, ihr solltet das jetzt auch lesen können. Und dann schauen wir mal, was wir mit diesem kleinen Tool so machen können. Hier oben, wie ihr sehen könnt, für den LP6-Akku, den kann ich auch einfach mal reinstecken. Dann sitzt es bombenfest. Und natürlich, wenn ihr jetzt das Ganze am Netz angeschlossen habt, gibt es hierzu noch eine digitale Anzeige über den aktuellen Ladestatus. Habt ihr zum Beispiel einen anderen Akku, zum Beispiel den LP7-Akku, müsst ihr nichts weitermachen, außer diese kleine Nadel nehmen. Hier reinstecken, die Platte rausholen, die Platte für den LP7-Akku nehmen. Und jetzt müsst ihr ein bisschen drauf achten, hier ist dieser kleine Pin und der muss genau wieder da rein. Hier unten seht ihr auch die Kontakte und dann steckt ihr das Ganze wieder drauf. Das sitzt jetzt bombenfest und jetzt könnt ihr natürlich auch eure beiden LP7-Akkus laden. Allerdings könnt ihr jetzt nicht die Platte oben drauf tun und gleichzeitig die AA-Akkus laden, weil diese Löcher einfach nicht tief genug sind. Also es geht immer nur eins. Entweder ihr ladet beide oder eben ein Akku von den beiden oder ihr ladet eben die vier AA-Akkus gleichzeitig. Das ist der Adapter. Solltet ihr euch in einem europäischen Land aufhalten, könnt ihr einfach diesen Stecker nehmen, hier oben drauf schieben und dann das Ganze in jedem europäischen Land laden. Wenn ihr dann zum Beispiel in die USA fliegt, einfach hier unten drauf drücken, den anderen Stecker oben drauf machen, um den wieder loszuwerden, einfach hier unten drauf drücken und wieder hoch schieben. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder zu Hause benutzen. Hier noch ein Blick auf das Ladegerät für euer Auto. Das sieht so aus, wie jeder herkömmliche Stecker, den ihr in eurer Zigarettenanzünder reinstecken könnt. Was soll ich sagen? Ja, ich bin absolut zufrieden. Das Teil macht einen guten Eindruck. Nicht billig. Das Teil kann man irgendwo hinstellen. Das sieht dabei noch gut aus. Ihr könnt zwei Akkus gleichzeitig laden und natürlich die vier AA-Akkus auch noch zusätzlich. Das spart euch natürlich ein Ladegerät zusätzlich und spart euch enorm viel Zeit, wenn ihr zwei Akkus parallel laden möchtet. Ziemlich gut für unterwegs. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch eh zwei Akkus haben. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wie ihr sehen könnt, hier noch ein paar Detailaufnahmen. Das Einzige, was ich mir noch zusätzlich vorstellen könnte, um das Ganze noch besser zu machen, ist, zum Beispiel so eine Platte haben für die GoPro Akkus. Das wäre noch super, die man oben drauf tun kann und damit noch zusätzlich eure GoPro Akkus laden könnt. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Vielen Dank an Hähnel für dieses gute Produkt. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne unter dieses Video. Und natürlich findet ihr auch in der Videobeschreibung einen Link, der euch direkt zum Produkt führt. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.